Jetzt schauen wir mal, dass heute noch einer draufgelegt wird, dass sich hier nochmal die Spreu vom Weizen trennt. Gucken wir mal, wer heute hier die Landesliga insgesamt rocken kann. So, die Marshalls sind auf dem Feld schon. Ja, sind alle schon drauf. Sollte demnächst gleich losgehen. Wir haben noch zwei Minuten, dann geht's ab. Ja, erste Begegnung. Der kleine Monitor, ja, aber vom Rechner nicht. Aber ist nicht egal. Ja, ja. So, sagt uns bitte kurz nochmal, damit wir wissen, was hier passiert, was ihr für eine Verbindung habt, ob die Verbindung bei euch gut sich anhört, ob ich zu leise bin, zu laut, etc. Ob die Bilder klar sind, wie der Ton ist, dass wir hier ein Feedback bekommen. Das wäre ganz freundlich. Immerhin haben wir ja schon so ein Zwisch-Zuschauer hier am Start. Und der andere, Kevin, sehe ich gerade. Kevin, tu mir mal einen Gefallen und sag mir bitte, ob alles perfekt ist. Das ist ein Zufelsfall. Oh, ich bin jetzt so ein tonter. Dann muss ich dich. Also, ich bin jetzt so ein bisschen fertig. Ich bin jetzt so ein Typ. Ich bin jetzt so ein Typ, ich bin jetzt so ein Typ. Und ich bin jetzt so ein Typ, ich bin jetzt so ein Typ. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na Leute, ich kann euch noch nicht wirklich viel sagen, außer dass das alles hier noch ein bisschen abschleift, warum auch immer. So, dann sehe ich den Sven kommen, ne, von den Bitschingers, der ist da. Schauen wir mal, ich bin gespannt wie der Breakout hier ist bei den Teams, normalerweise sollte sich alles hier über die Tipi Seite verlagern, theoretisch, schauen wir mal was hier im einzelnen passiert, weil die Snake Seite sieht auch ganz interessant aus, bei Finger starten hier schon Short mit 4, sehe ich gerade, oder, wo ist der fünfte? Scheint so, ja genau, mit Finger starten Short, mit 4. Keine gute Voraussetzung, um hier in der Landesliga vielleicht noch ein kleines bisschen so, die Tren läuft, jetzt sind wir mal gespannt was passiert, so los geht's. nicht so, naja Mountliniec wird, Es ist der F baking in den Center, Black Chiefs auf, so, Key 1 und Black Chiefs, Key 2, 4 gegen 3, Oh, da geht der Erste auf den Bedfingers, 3 gegen 3. Schönes Ausblick, die ganze Geschichte. Bedfingers spielt hier über dem Center. T-Pack 1 besetzt von Bedfingers. Schauen wir mal. Bedfingers spielt hier im Center und in der Clancy Maya. So, dann gucken wir mal. Bedfingers spielt hier im M. Den sehen die natürlich nicht. Da kommen keine Ansagen für den Blacksheets. Das kostet gar nichts. Oh, da lässt sich aus dem M rausschießen. Bedfingers spielt hier live nur auf dem Center im Start. Ah, nur noch der Center. G3. Für Bedfingers. Nehmen Sie mir fast G4, weil wir starten ja eh bis zu viel. So, aber jetzt machen die Blacksheets aber auch nichts draus. So, jetzt gehen sie in die Snakes. Weg 1 ist besetzt. Weg 2 ist besetzt. Weg 2 sind los Side оперations. So, er kann da hinten Center jetzt nur noch warten. Und gucken, dass er eventuell die 1-2 Leute da jetzt noch starten und auf ihn zukommt, dass er die mitnimmt. So, jetzt kommt der Run über die Snakes und das war's. und mit nummer jetzt hier vielleicht gibt es noch mit drei spielern live mit fingers die vier leute runter geschossen so und time voraussichtlich mit rein die nächste begegnung kraftstoff gegen reverse gucken wir mal was die kraftschilder gut genau blacksheeps mit drei game over gewinnen das spiel so kraftstoff jetzt am start war jetzt nicht gerade so ein highlight würde ich sagen schau mal wir haben jetzt ein paar zuschauer sind schon da ich begrüße euch noch mal hier morgen sagt mir doch bitte wie sieht es denn nur aus hört ihr alles wie ist der ton so kraftstoff von links reverse voll rechts so alles super ja dankeschön wunderbar das freut uns natürlich hast du gesehen thomas ja das ist bescheid brennt hier oben übrigens so kraftstoff von links und wir hören es mit dem hattel von der rechten seite kraftstoff von links los geht es los geht es hört sich doch gut an die Geschichte da spielen noch so 1-2 leute von ehemaligen weavers leute spielen natürlich jetzt auch bei kraftstoffe sehr klar Gucken wir mal, was die heute da komplett wegschießen. Das ist hinter dem Ende stehen, beide Teams. Lieber schon Innesnake 2. Kraftstoffe noch mit 5. Lieber auch noch alle am Start. Kein Spieler raus. Lieber schon Innesnake 50 drin. Kraftstoff, Entschuldigung. Snake 50 ist natürlich die Schlüsselposition. Jetzt geht Kraftstoff komplett schon in den M-Cancel. G1 auf Lieberseite. G1 auf Lieberseite. So, er wird hintergesteckt von Lieber. Au, da geht jetzt mal raus. Lieber sind nur noch... Da geht es halt da raus. Oh, und jetzt kommt der Run. Das war's. So, jetzt geht einer nur noch der Snake. So, da sind nur noch... Ja, das war natürlich ein bisschen ungünstig. Weil jetzt haben die Leute, die über die Mitte gelaufen sind... Die Leute, die über die Mitte gelaufen sind, haben natürlich nicht mitbekommen, dass der Snake-Spieler von Revers noch am Start war. Demzufolge, ähm... Ja, zu zweit, genau. Ja, zu zweit, genau. Total. So, scheint es auf alle Fälle so. Da ist Kraftstoff hier mit 2 gewinnt. Alles klar. Wunderbar. 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 Haben sich ein bisschen... Ja. Nicht richtig geguckt, ob der Spieler dann von den Revers-Leuten noch in der Snake 2 sich befindet. Haben sie leider nicht gesehen. Deswegen gab es da noch ein bisschen Missverständnisse. Guck mal, das brennt hier noch. Kein Problem. So. Jetzt hätten wir normalerweise die Dark Angels gegen die Whiskey 2. Aber. Ich habe gehört, dass die Whiskets nun heute ein No-Show haben. Aufgrund höherer Problematiken, die wir hier nicht weiter erläutern müssten. Haben sie heute natürlich wie gesagt ein No-Show. Ja. Demzufolge fallen natürlich die Whiskets-Spieler aus. Und werden als Punkt gezählt für die gegnerischen Teams. Jetzt haben wir die Begegnung DHS 2001 gegen die Smoking Balls. DHS startet von links, Smoking Balls von rechts. Wenn wir mal hier wiederholen, nisch? Come on. Come on. Come on. Come on. Hey. Hey. Gucken wir mal. Hey. Hey. Wir haben das Sieg. Boah. Was ganz überraschend war. Fand ich. Ähm. Wir haben gar nicht zugeschleppt. Sie steigern sich natürlich von Saison zu Saison. Mit einer Dame natürlich am Start. Gucken wir mal. Wie sie das im Einzelnen hinbekommen. So. Und gleich. Wieder Top-E-Senter von meinem Team. So, G1 bei Smoking Balls. Da war der L-Run ein bisschen verschoben. So. Chris von dem. Hier ist. Die gleich komplett aufgekehlt. Und schließt auf den Center. Gucken wir mal. Da ist doch jetzt ab in T-Pack 2. Und Chris geht raus. Der ist verliert. Den ersten Spieler G1. Auf beiden Seiten. Au. Da geht der nächste Smoking Balls nur noch zu dritt. So. T-Pack 2 von beiden Seiten. Und da gibt's ein One-For-One. Nein, doch nicht. Da ist ein. G4 für Smoking Balls. G3. Nein, G2 für Andreas 2001. Da geht auch der dritte. 2 gegen 1. Der ist Center von DLS. Sneak 1. Gegen den einen Spieler von Smoking Balls im T-Pack 1. T-Pack 2 jetzt. Jetzt muss er gucken, dass er in Kross natürlich aus dem Sneak bekommt. Der geht relativ schnell. Der muss natürlich mal da unten bleiben. Und jetzt dürfte ich den Kross gedruckt haben. Der spielt uns gegenüber. Jetzt muss er einfach nur drauf halten. Da geht er raus. Da geht er raus. Da geht er raus. So. Homerun. Der ist. Oh, gut. Nebenwassern. Der ist noch mit zwei Spielern im Start. Guten Morgen Victor. Guten Morgen Michael. Guten Morgen eigentlich an allen Leute, die jetzt hier schon so früh mit uns am Start sind. Und um 9.15 Uhr. Black Wolves Germany auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Go! Genau. 2 Punkte. Für DS2001 gegen Smoking Balls aus Berlin. So, dann haben wir die nächste Begegnung, die Maddox-Rallye gegen Los Canales 2. Los Canales von links, Maddox von der rechten Seite, guten Morgen Victor, nochmal an alle Leute hier. Ja, wir sind für euch wieder da, Landesliga, DBL, Osten, vierter Spieltag. Bis jetzt schon drei Spiele gespielt, heute insgesamt 55, davon 1, 2, 3, 4, 5, 7, so 10. Teil natürlich paar Spiele weg durch dieses No-Show von den West-Hits Berlin. So, Los Canales auf der linken Seite, Maddox alle auf dem Feld. Ja, guckt doch mal, ich hoffe ihr versteht uns gut, seht alles, versuche natürlich für euch wieder komplett hier am Start zu sein. Bis jetzt jedes Team, bei den verbliebenen drei Spielen, die jetzt bisher schon waren, oder gespielten drei Spiele, alle Teams mit Double Center gestartet und Los Canales startet definitiv auch so. Es scheint, der eine Mittelspieler im Center geht, zumindest hier an die Bösen auf. Los Canales spielt mit Center-Position und verliert auch den ersten Spieler. Der Slick-Corner ist raus. Los Canales verliert noch zu viel. So, mit der Center. Und der Center geht auch von dem Händler aus. Also vier zu vier. Die waren auf beiden Seiten. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Im Center, im großen Mahler, im Tempel-Quagen und Slick-Corner von den Maddox. So wie im M, Mini-M, wo ganze Shit 1 und nichts passiert. So, T-Bag 1 ist schon besetzt. Vorne noch ein Kanal, das ist jetzt noch Big Game. Oh, da geht T-Bag 1. Ah, Maddox verliert auch den Spieler im Center. Jetzt geht Maddox über das M. 3 zu 3. Ah, das war's. Jetzt geht auch die Kenner raus. Nur noch zwei Spieler von den Los Canales. So, er switcht jetzt über und geht in T-Bag 1. Das hat keiner gesehen. Da geht auch der Snake-Player. So, Maddox nur noch mit zwei Spielern live. So, T-Bag 2 von Los Canales. Und kriegt den Cross aus der Snake-Player aus dem M. Und das war's auch. So, nur noch ein Spieler live von den Maddox. Mal sehen, ob er es mitbekommt. Das war's. Maddox gewinnt voraussichtlich das erste Spiel heute für sich. Schauen wir mal, ne? So, jetzt sieht er natürlich alles wieder raus. Geht anschlagen. Hat den Hit am Knie, wie es ausschaut. So, dann guck mal. Gucken wir mal. Schießt. Schuss. Gucken wir mal. Wird gescheckt von dem Marshall, oh und safe, ok, ein Punkt für die Mad Dogs gegen Lost Canales, sehr gut, jetzt gucken wir mal, die Black Sheeps sind nochmal gegen AOP jetzt, AOP ist ja sehr beständig auf alle Fälle in der Landesliga, spielen ja definitiv jeden Spieltag auf alle Fälle um den ersten Platz mit, stehen glaube ich momentan auch sehr weit oben, Gucken wir mal, Black Sheeps starten von links, AOP vorn, rechts, ah Chris hat schon gespielt, war leider, der hat zwar das erste Spiel gewonnen, aber war leider der erste Player, der rausgehen musste, trotz allem haben sie das Spiel natürlich gerockt, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, aber wie gesagt, solange das Spiel gewonnen wird, ist alles kein Problem, gehe ich davon aus, uns geht es auch so, also wir versuchen wirklich so parteiisch wie möglich zu sein, natürlich gibt es die ein, zwei Affinitäten zu bestimmten Teams, das ist ja klar, aber im Prinzip ist es so, dass der Beste gewinnt und das halt mir doch das Klima unter den Spielern schon sehr, sehr genial ist, also gibt es wenig bis gar keinen Stress und alles sehr, sehr safe gespielt, so, Black Sheeps in T-Pack 1, so wie in the camp, im Doppelcenter, AOP noch mit Wellenspielern rein, umschaut, ja, Doppelspieler noch auf dem Feld, so, AOP löst auf, in T-Pack 1, da, Black Sheeps immer noch im Doppelcenter, so, da geht der erste von AOP, AOP G1, so, jetzt müssen wir die Mitte, jetzt müsste der Infilt natürlich schießen, und das war's, jetzt ist, die Füfte geht raus, AOP testen jetzt auch die nächsten Spieler, ja, 3 zu 3, G2 auf beiden Seiten, Zeig! 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 Zeig noch fisch! behave! yhte zwei! ign territ analyze, frage ich mich, das ist ein就要sto işte 1, dann geh der center, auch von der AOP, AOP, jetzt auch schon in der 5D, in derétique g Tribe, Oh, T-Pack 2 jetzt auch raus von Black Sheeps, nur noch der Center, und okay, Center auch raus, so, Black Sheeps nur noch mit einem Player, und das war's dann auch, der kriegt gleich den Cross, außen T-Pack 3, außen T-Pack 4, und jetzt darf er bis drinnen bleiben, und schieß ihn, bitte, okay, das war's, Pack-Treffer, genau, raus, das A, so, okay. So, AOP geht Wasser, lässt den Spieler nochmal prüfen, so, also bei uns, wie gesagt, sagt uns Bescheid, wenn uns das ist, also die Hälfte von uns, von den Leuten, die zuschauen, hat bis jetzt gesagt, dass alles in Ordnung ist, dass wir, ähm, eine gute Übertragung haben, deswegen müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht, wie der Victor schon sagt, den Browser vielleicht ändern, oder wechseln. Wir haben auch Firefox, und bei uns geht's. Game over! Ja, noch, noch, wir müssen natürlich gucken, ähm, das Problem ist relativ früh, also ab 10, zwischen 10 und 12, ähm, stehen die meisten Leute auf dem Sonntag, ähm, ja immer auf, und, das ist ja unerkanntlich das Problem, ne? Klar, uns würde es natürlich freuen, und je mehr Zuschauer da sind, desto besser ist es, aber wir können ja auch keinen zwingen, ne? Wir möchten halt nur, für euch, trotzdem diesen Service anbieten, weil es wird ja alles finanziert, muss ja alles finanziert werden, hier in dem Falle unser Hauptsponsor ist die Firma Pain to Play, da brauchen wir mal Straße, in Berlin, die natürlich vieles hier möglich machen. So, Dark Angels, wie gesagt, AP gewinnt mit 2, gegen die Black Sheeps, Dark Angels gegen die Bad Fingers, Bad Fingers starten von links, und die Dark Angels im ersten Spiel des heutigen Tages spielen von rechts. So, da kommen noch Nachzügler von den Dark Angels. Bad Fingers scheinen ja auch nicht nur zu viert zu spielen, es findet sich keiner, der da nebenbei noch kurz ein bisschen aushelfen kann, so wie es ausschaut. Und starten halt jedes Spiel bis jetzt halt zu viert. Schade. So, Benfinger zum Doppelcenter. Und verlieren den ersten Spieler. Da ist ein Hop-Trepper. Und 2-2-1-1. Ja. Das wird hier ganz müde noch mit einem Spieler in der Kern. Und Dark Angels schon. Das wird hier noch mal bekommen. Es gibt ja gleich einen Druck davon. Das war's. Dark Angels gehen mit 5 Spielern. Ja, mit 5 Spielern. 1-2-3-4. Sind das 4? Ah, ne, 1-2-3-4. Sie ist das 1-2-3-4. Einer rausgegangen. Ach, jetzt. mit vier kam ja auch kaum was rüber deswegen kann auch keiner im treffer haben von denen jedenfalls schwer ja 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 ja